Dann müssen wir wohl da durch Dann müssen wir hier durch Wieso gilt die Anti Also wieso gilt die Gravitation eigentlich hier nicht mehr Nachher sie Was ist mit dir los? Da war doch gerade Achso, tschüss Dann nehmen wir den nicht mehr mit Und du kommst Ah ja Da rein Juhu Sieht fein aus Kommt noch mehr Anscheinend Na komm, raus mit den Fühler, Cass Und was hast du für mich? Munition Viel zu viel hab ich davon Viel zu viel Egal Soll mich eigentlich Nicht wirklich stören Hört sich eigentlich an Als wäre hier noch irgendwas Das geht nicht weiter Jeeey Fliegen wir hier hin und Äh Verlieren die Orientierung Okay, da ist das Reicht das? Ja Das ist schön Sehr schön Wenn ich mich hier wieder Zurechtfinden würde Ach Quatsch Hinten Wow Endlich mal ein geradliniger Flug Achso Und dann Was ist hier denn? Achso So muss ich wahrscheinlich Aber auf die andere Seite Zielen muss man können Ach nee Jetzt sind ja überall Die kleinen Fächer Wow 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 Wieso kommen die jetzt Von beiden Seiten Das ist doch nervig Wieso haben die es alle so schwer Mit dem sterben Na komm 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 Gut so Oh 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 He wants to hug me Nicht mehr Keine Lust Gehackt zu werden Das war's aber Und ich hab gedacht Die wollen nur von einer Seite kommen Die haben da hinten doch bestimmt noch irgendwas fallen gelassen Irgendwas was ich mitnehmen kann Ja Munition Und da vorne liegt Auch was Oh und hier Ja Fein Äh Egal Egal Da unten liegt auch noch irgendwie Was Soll uns Schnuppe sein Sieht nicht nett aus Sieht nicht nett aus Hehe das leuchtet schon so schön Und dann passiert irgendwas Juhu Das muss der Schlüssel sein Isaac Damit kommst du in den Kontrollraum und kannst den Asteroiden abfeuern Vergiss aber nicht den Wender vorher anzubringen Ich hab noch einen Bericht über den Wahnsinn der Kolonisten gelesen Alles schien anzufangen als sie den Marker auf dem Planeten holten Heiß Gott wie lange der schon da unten war Wahrscheinlich lang genug Was kommt eigentlich auch davon wenn Menschen irgendwie versuchen etwas an sich zu reichen Reißen Reichen Obwohl sie keine Ahnung haben was das wirklich ist Zum Aufzug wird gesagt Ein Energieknoten Dann freuen wir uns erstmal dass wir den Energieknoten bekommen haben Und dann gehen wir mal zurück und setzen den Direkt ein Oh man Gefahr Anomalien Null Na Er ist hier Und aufmachen Friends Nö Inventar ist schon wieder voll Wieso ist mein Inventar schon wieder voll? Halbleite Wann hab ich den denn aufgenommen? Dann verkaufen wir das erstmal wieder, ne? Ja, verkaufen wir den Schmand Braucht ja eh keine Sau hier Ähm Ach, den Halbleiter hab ich gerade wahrscheinlich aufgenommen, ne? Sehr wahrscheinlich So, dann haben wir jetzt wieder hoffentlich etwas mehr Platz Ja Das sieht doch schön aus Uh So, und dann schauen wir mal Wie wir hier jetzt weiterkommen Wie ich das hasse Wie ich das hasse, wenn ich Wraps einfach wieder versucht, ne neue Datei anzufangen Hier geht's nicht lang, da geht's noch Ja Wieder sein Vertrauens erwecken Liebe Leute, da kommt irgendwas Bumm Das das kaputt geht, wusste ich Aber ich dachte, dass da etwas rauskommt Bitte recyceln Sie regelmäßig nicht benutzte Materialien Vielen Dank Ja, was Wie wär's mit denen hier? Die liegen hier schon lange genug rum Total unbenutzt Man könnte die einfach recyceln Ne, aber nicht als Necromorfen Das wär Scheiße Das will ich nicht Das hört sich so ekelhaft an Äh Sorry Das wollte ich nicht Jojo Kommt nur her Kommt nur her Kommt nur her Ich will Spaß Ich will Och ne, schon wieder Der tolle Aufzug Nee Meme Wartung Schauen wir uns mal das Wartungsdeck an Das ist ja noch weiter unten Kommt Ah, da kommen wir nachher hin Wissen wir schon direkt, was auf uns zukommt Teamwork improves safety Wie sieht's hier mit Teamwork aus? Einer Einer Alleiner Das ist Miene Hö Hä Vielen Dank.